yo servus leute seid herzlich willkommen zu einem weiteren video auf meinem kanal wir reagieren auf luciano papa peppermint ich gönne mit tiktak pfefferminz ok wir sind auf jeden fall durch das merkt man glaube ich adhs modus ist aktiviert digga warum kann ich nicht hier stoppen danke ok produce ist das ganze bei ghana beats und genaro black dolphins das heißt wenn wir black dolphins am start haben heißt es dass wir auf jeden fall irgendeine szene haben wo luciano bis zu den knien mit im wasser ist okay ich bin gespannt wir gehen ganz kurz auch in die infobox produce ghana beats mixo master von junus king size kennt man ja auch gefühlt überall überall liest man ok black dolphins der rest steht einfach da drinnen soll man kurz in kommentare luciano okay bruder okay dann video wird interessant wir wissen alle dass die jungs okay was ist das ist das video so schlimm digga war ein bisschen abgelennt worum ging es in den song laber doch nicht wie soll das musik wieder werden luciano tue so als hätte ich ein termin verfasst wieder single oder wieso auf einmal solche frauen im video krass okay video wird heftig was ist das was ist das für ein kommentar die war okay ich darf keine kommentare lesen scheiße der was wird das für ein video okay konzentriert jetzt haben wir schon kommentare gelesen wir wurden schon gespoilert okay was euch noch anderes sagen let's go songs got that secret shit secret alles klar ah ne doch nicht okay auf jeden fall genaros voice tag bleibt irgendwie voll voll im kopf ich fühle irgendwie sein voice tag genaro keine ahnung ich fühle sein voice tag auf jeden fall okay let's go ich muss hier egal sag ich gleich auf jeden fall okay bis jetzt noch entspannt bis jetzt auf jeden fall noch entspannt die junge dame sieht nicht schlecht aus kann man schon mal sagen jetzt kommt luciano rein zusammen mit dem drop die drums sind da hört sich an als wäre direkt in der hook ich weiß nicht ich habe angst auch weiterzumachen okay aber ist auch noch so ich weiß nicht es wird es wird wahrscheinlich noch schlimmer die hook ich kann noch nicht viel dazu sagen ich kann noch nicht viel dazu sagen was ich auf jeden fall sagen kann wir müssen hier leider viel früher auf pause drücken weil bei luciano sehr sehr kritisch ist durchlaufen lassen damit ihr bescheid wisst sonst werde ich gesperrt guckst du schreckt noch können die drüben trinke nach hotel suite und bringe es ich bin baby frag mich nicht jetzt check ich diesen kommentar die frau ist luciano plot twist und so wahrscheinlich sehen wir luciano gar nicht und wir haben nur das als video nicht das sondern sie als video das was das als wäre sie so ein gegenstand okay ja okay tief in der nacht bin blind hier trainierter körper klar ich hätte sich das schon entspannt dann hört sich entspannt dann nicht jetzt wo ich sage boah krass übertrieben aber es entspannt ist gerade entspannt ja ja ne küssen und dann sagt der peppermint ich sag nur so warum habe ich diese tic tacs ist ja nur wir sind auf einer wellenlänge wurde das war bewirkt gerade zufall dass sie das dass die hier so rumliegen deswegen ok ist jetzt zufall leute also youtube team das war nur ein kissen das aus zufall so aussieht und als zufall hat das schon mal irgendein deutschrapper gemacht also man sieht nur ein model in dem ganzen video man sieht nur ein model und sonst sieht man nichts nichts hat das irgendjemand schon mal gemacht ich muss sagen ich glaube ich glaube ich weiß warum die luciano beats ne und wenn du noch so flöten hörst ne lucianos beats sind immer einzigartig und ich muss sagen die hook jetzt beim zweiten mal anhören hat mir auch gut gefallen aber ich würde das so sagen ja leute wir haben luciano nicht im video aber wenn wir luciano im video hätten wie wäre das dann luciano würde nicht einfach so vor ihr rappen wisst ihr die würde ihn anpacken die würde ihm nahe kommen die würde so 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 machen weil inhaltlich würde das ja dann zum musikvideo passen und ich kann mir vorstellen dass luciano dann gesagt hat nein ich mache kein video mit ihr sie ist dann alleine da weil inhaltlich wir wissen worum es geht ne um liebe und bisschen körperliche nähe deswegen würde das nicht passen wenn du es ja nur jetzt im video dann wäre ich muss kurz skippen ich hoffe ihr könnt mir an dem punkt auf jeden fall verzeihen aber dieses fly wie ein schmetterling peppermint ne wie gesagt schöner flow in der hook auf jeden fall und ich denke mal luciano bewusst gesagt ich bin im video nicht dabei weil wenn ich dabei bin dann wäre das video ganz anders also song technisch ist entspannt song technisch ist entspannt hoch gefällt mir sogar hoch gefällt mir wirklich gut entspannter song kann man sich gut geben video kann man sich auch gut geben okay lass dich fühlen ich liebe dein bad okay so wie du es magst sie muss doch denk nicht an schlaf baby denk nicht schlafen bleib im film du bewegst dich krank schnell dahin schnell 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 dahin was ich auf jeden fall machen werde ne ich mache ja gerne videoanalysen machen wir gleich in ruhe wenn ich das video beendet darf nein ey wir haben jetzt viele jokes gemacht aber videotechnisch was soll ich da was soll ich da sagen song technisch schöner beat sehr sehr schöner beat schöne instrumente die da auch mal ab und zu kurz reinkommen nice flow variant von luciano wieder am start inhaltlich was ganz anderes von luciano auf jeden fall kann ich nicht hierhin irgendwo her okay dann kommt jetzt noch einmal die hoch rein da kommt noch einmal die hoch rein und dann sind wir wahrscheinlich durch mit dem song okay okay fazit entspannter song von luciano ja oh gott digga was passiert noch an die jüngeren zuschauer sie war gerade in der sauna und deswegen schwitzt sie gerade auf jeden fall sie ist gerade in einer sauna drinne damit ihr auf jeden fall bescheid wisst also nicht dass ihr euch irgendwie wundert und denkt was ist das hier und so ne auf gar alles entspannt also ihr müsst hier gar nicht zweideutig oder so denken okay bruder also fazit anders anders das video entspannter song ich muss hier jetzt aufhören okay leute das was in dem video luciano natürlich also kurz zu luciano übertrieben fresher heftiger künstler wissen wir glaube ich und hier hat ein bisschen was anderes wir haben wieder von sich gezeigt macht's gut haut rein und tschau